hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge neuen folge weiteren folge neuen folge was doch immer folge von designer 2 der letzten folge haben wir ja hier ein bisschen experimentiert nur die beiden wachen hier erst mal haben sie uns überrascht gehabt da war ich ja sehr überrascht gewesen und dann sind die jahre komischerweise da gestorben und er ist tot und der hoch schade sie waren sehr sympathisch weil sie mir nichts getan haben so gut wir haben ja auch schon andere wachen ausgeschaltet zeigt man und dann werden wir jetzt mal dahinten wieder zurückgehen wir können jetzt nämlich mit dem passwort sarkonischer wein ist sie sind in zeiten wie diesen nicht mehr so großzügig machen sie es gut sarkonischer wein ist besser als ein tyrianisches gefängnis oder so ähnlich jeder dann noch voll meine leiste danej wir haben ja dann wasser gehabt ein wasserhahn haben wir gerade gut los hier anzeigen mal so hier haben wir auch noch mal ein wasserhahn den wir können gleich mal benutzen wir haben nämlich immer noch eine rune die unser mana füllt so speichern ja aufschließen ja das passwort sarkonischer wein ist besser als ein tyrianisches gefängnis und lieber christolischer trippe als morlische dicht von mir aus moin speichern auch der speichert der schon nein 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 und was ist hier los was ist denn jetzt los ihr hört ihr das gerade dazu oder ist die ist er jetzt gerade stiften die an weil onkel buddha so klebrige finger hat das mein vater der offizielle hutmacher am pal ich habe gewusst das klappt nicht hier klappt es denn jetzt los jungen was ist mit dir wir laden noch mal fängt der jude an hier ich frage mich jetzt aber doch mal ich bin kein heuler sie bekommen nur ihren anteil das ist dann jetzt los also ok warte 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 dann kann ich den seien scheiß auch klauen der macht mir eindeutig zu viel rabatz so freunde aber dann jetzt hier alles können wir nicht gebrauchen können wir nicht gebrauchen die aktiviere schienen ach der hätte aber noch scheiße komm ich jetzt hier raus sag mal komm ich jetzt hier raus sag mal so der ist jetzt noch nicht weg dass mein vater der offizielle hutmacher am palast war und sein vater vor ihm ehrliche händler haben in dieser stadt keine chance tut mir leid kommen sie rein die preise spiegeln die exzellente qualität meiner ware wieder das wollte ich kann ich nämlich hier die gefundenen baupläne schalten zwei verbesserungen frei ok mal sehen ich hätte ein paar pläne zur verbesserung ihrer sachen das sind die fernbeziehung beim verwenden des fernglases kannst du mit der armbrust auch mehrere schüsse nacheinander perfekt nacheinander perfekt zielen verbessert das schaden achso das habe ich ja schon gemacht ok ok warte mal ja versetzt einen gegner sofort in schlaf jo ne hä habe ich auch schon gemacht oder was hier meisterlich ok was haben wir hier verbesserung 7 erforderlich da fehlt noch was was ist das jetzt hier kostet 200 was ist das verbesserte linsenoptik verbesserte optik mit zweiter vergrößerungsstufe was ist das hier springminen brauchen wir nicht artefakt kapazität das will ich jetzt hier haben es war mir eine freude Junge wir sind noch nicht fertig hier so kugeln brauchen wir nicht fallklinge gestern nacht soll es im palast zur sache gegangen sein Kettenblitz Kettenblitz ja das hier brauchen wir ja eigentlich das wir brauchen hier eigentlich nischt mehr oder wir brauchen hier eigentlich nischt mehr das ist ja alles jetzt hier auf tödlich ausgelegt ich werde mir mal das noch holen hier und das das hier springen minen kapazität kugel kapazität hier haben wir noch keinen bauplan gefunden ich werde auch gleich mal das hier noch machen hier ein gutes geschäft komm nehmen wir alles mit was jetzt hier narkose noch ist das ist jetzt hier was ist das mehr wegfaller jede springmine juden damit hätten wir jetzt eigentlich alles was wir bräuchten kommen sie bald wieder wenn ich dann auch hier bin ich bin kein heuler sie bekommen nur ihren anteil ich bin ja eine höfliche lady wir schleppen den in sein büro und dann lassen wir den da liegen gut ist ja auch doof dass der hier weg rennt ich meine was hat er jetzt erwartet dass wir ihn hier aus rauben ok ja wir rauben ihn wir rauben ihn aus ach herrlich ist mein mikro überhaupt an ja ach ne so hier kommen wir jetzt überall ran wir brauchen aber eigentlich wir brauchen eigentlich erstmal nischt weiter hier aber wir können hier jederzeit wieder zurück so wollen wir die Tür zumachen diesmal hier Janosch mit bei gut äh wir haben da oben eine Rune ja ich hole morgen Zigarren willst du eine kaufen? schon wieder? nein ich dachte daran ein Picknick im Garten zu veranstalten sind die feindlich? oh Warnung von Tante Lucy mein kleiner Stefano äh dein Brief hat mich erschreckt ich glaube du wurdest vom Outsider besucht waren seine Augen schwarz und ölig wie das Meer in einer sternlosen Nacht daran erkennt man ihn er hat dir ein Geschenk angeboten nicht wahr? ein seltsames Geschenk du glaubst du willst es nicht denkst aber du kannst nicht anders und natürlich will er etwas dafür haben sexuelle Gefallen nehme ich an du brauchst dich nicht zu schämen lieber Neffe auch ich wurde in deinem Alter von ihm besucht viele Male erschien er an meinem Schlafzimmerbalkon ich war zu schwach um ihm zu widerstehen und so wurde ich mit unheilbaren Pocken verflucht ich kann dir nicht mehr erzählen wenn wir uns persönlich sehen ich hoffe dies erreicht dich noch rechtzeitig Tante Lucy ja ja so ist das ja ja du kommst du heute Abend mit? klar, bin dabei ihr Gesicht ist bedeckt der Garde wird das nicht gefallen naja angeblich feuern sie Arbeiter in den Wahlschlachthäusern wer ist nachher mit einem Bier geborene monat der dunkelheit das ist wahrscheinlich ein lied juwel des südens in ihrem haus bräuchte sie keine dinge sie hat sie nur um befehle zu bellen sich wichtig zu fühlen sein kleiner sohn wartet immer draußen allein und verwahrlost während er betrunken würfelt die kinder verstecken sich hinter ihr sie wussten sie würde sie schützen der straße augen wie glas er hielt ihr brot hin und zog es dann weg um es vor ihr aufzuessen im monat der größten kälte spendet sie süßigkeiten und wahlöl ans weisenhaus so da oben muss jetzt irgendwas sein der schreien des outsiders so notizen einer alten artefakt schnitzerin könnt ihr euch da auch noch mal durchlesen wenn ihr mögt so wecker stellen brauchen wir erstmal nicht altes gestohlenes tagebuch auszug aus dem tagebuch eines bekannten ketzers das vor dessen hin richtung konz konfiziert wurde ok wir speichern jetzt bist du wieder unter deines gleichen den adligen und ihren speichelleckern fühlst du dich ist wohl der majestät sollen diese menschen ein viertel deines kaiserreichs beherrschen nein es hat dich scheinbar nie interessiert vielleicht ist es das nächste mir anders hier kannst du nicht ignorieren wie das gemeine volk sein dasein fristet wie dem auch sei ich weiß was du suchst aber das herz kann nur eine seele fassen also wenn du ein teil von dir leider mitnehmen willst musst du bereit sein etwas zurückzulassen zu lassen hmm na gut Zwei Ruhnen können wir jetzt nicht viel anfangen. Wir haben schon mal ein Bild vom Großpalast. Jut, das hätten wir jetzt schon mal... Da drüben war doch auch noch was. Da kommen wir auch noch irgendwie rin, aber hier drüben... Da war noch eine Rune. Das muss also in dem Ding sein. Oh, Alter! Okay, lassen wir noch mal laden. Ich will das sehen, ich hab da ja noch nicht gesehen. Scheiße, Falter. Ach so, ja gut, haben wir jetzt ja... Ich hätte vielleicht danach... Danach hat er doch gespeichert. Jetzt bist du wieder... Du, der speichert jetzt hier, pass auf... Da! Hat er das nicht angenommen? Merkwürdig. Das ist doch sehr merkwürdig. Ach, guck mal, da... Ich dachte, ich hätte... Was ist denn hier, Orion? Ach, hier... Okay... Was für eine grässliche Situation! Hätte ich die Blutfliegen... Würde ich mich vermutlich umbringen! Felslinien... Eine ganze Menge Zeugs hier... Wie könnte er alles nicht benutzen? Man ist ja immer so sparsam, wissen Sie... Ich hätte gerne... Ähm... Mehr von den... Schlafffeilen... Außer die Fünfe da bloß! Ich hätte gern... Zehn! So, wo ist denn jetzt... Da drüben! Da ist jetzt noch was! Da jetzt noch hoch! Muss mich wieder dran gewöhnen... Zu speichern! Ich zieh mich mal um! Das ist der Fluch der Mord! Ha? W-was? Ähm... Ich war doch ganz leise! Okay... Die haben zwar einen Verdacht... Aber nicht uns! So, dann kommt nur einer von oben! Also mal sehen... Was war es? Also mal sehen... Ich hab' nichts gesehen... Wenn ihr nichts gesehen habt! Jut... Wo ist denn jetzt... Hint drüber! Der von der Warte aus... Können wir eigentlich dann wieder zurückgehen... Obwohl... Ich möchte ja mal draußen... Da war noch ein anderer Weg... Ähm... Ist denn nur... Der von der Warte? Ich bin auch hier... Ich bin doch... der von der Warte! So! Die Warte... Die Warte, Jutzt... Ich bin doch... Ich bin doch... Und du verdrückst... Komme ich da überhaupt durch? Ich brüte neue Kindchen in deinen blutigen Eingeweiden. Ich muss da hin. Ich habe auch nichts dafür. Seht ihr, meine Süßen? Wirklich alle schlechte Menschen. Scheiße. Scheiße. So, jetzt haben wir das Ding hier noch ja nicht. Ach, das ist doch alles. Voll der Rotz. Gut. Da sind die Blutfliegen. Speichern? Na, warte mal. Speichern? Ja, aber... Das ist... Das Ganze ist doch... Oh ja. Ja. Das muss alles gemacht werden. Ich weiß aber nicht was... Ah. Oh. 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 Ich ja man ist schon mehr zu beschützen findet weg ist da ist er sehr gut brauche jetzt noch nicht nachgucken jetzt hätten wir drei glaube ich von einem bewunderer doubts lieber allfred ich habe das buch erhalten ein guter fund aber ich habe ehrlich gesagt zweifel an seinen historischen wert das messer von dann wohl soll den mord an der tyrannen jessamine bereut haben ich sehe mir gerade sein porträt an ich vermute dort wusste dass das schicksal seine hand führte fest und unnachgiebig das buch war dennoch unterhaltsam zu lesen also noch einmal danke schicke mir weiterhin alles zu was du über diese mysteriöse person heraus findest die wir beide so bewundern dein freund claudio gut ja das messer und dann wohl die die dlcs quasi von teil 1 so dauert und die parabel der verlorenen jahreszeiten sehr schön die spiele kann ich übrigens teil 1 und die dlcs kann ich übrigens wärmstens empfehlen jeder der das vielleicht hier noch nicht noch nicht hat vielleicht durch durch dieses let's play auf den geschmack gekommen ist oder sowas spielen ist alle fälle jetzt wenn man jetzt guckt ist die story natürlich dahin aber gut so hier werde ich nicht offen machen hier auch nicht aufmachen wir werden jetzt warte mal kommen komme ich von hier aus rüber wie eine gazelle gut da müssen wir bloß mal gucken dass ich noch irgendwo die brandbolzen herkriege da können wir noch mal zum schwarzmarkthändler zur not noch mal zurück aber ich will jetzt auch erst mal hier auf dach mal sehen was da noch mal los ist da ich ja mein domino liebe da habe ich ja mal wieder glück gehabt eine scheiß windmühle bewachen warum ist der palast überhaupt durch eine lichtwand geschützt wer soll denn bitte den ja 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 sehr gut sehr gut sehr gut ich habe vorhin noch überlegt hier hoch hoch zu flattern so das ist jede lichtwand der dünns richtig gut eventuell wird irgend einer misstrauisch weil das jetzt schon wieder aus ist aber das soll mich nicht weiter stören so wir werden das herz ausrüsten wir haben da drüben haben wir noch was und da haben wir auch noch was da kommen wir wohl von darin darin und dann haben wir schon schon alle war komme ich jetzt von hier aus darüber nein komme ich von hier aus hier runter auch nicht sehr gut komme ich von hier aus darunter halt wird hoch so und von da aus ich frage mich wer das war wie meinen die denn schon wieder war da unten gerade einer speichern ich weiß es nicht und dann den domino gar nicht so übel für den herzog zu arbeiten solange man in der gade ist habe es echt gut erwischt dann wird bloß die zwei oder hat da war noch einer ich hab's ihnen gesagt der ist zu mag der hält keinen tag durch armer kerl warum behalte ich immer recht ich fühle mich nicht sicher diese stadt ist hier nicht vorhin eine patrouille lang gelaufen ich erkenne ja nicht was das für ihn ist offiziere sollten mehr rationen erhalten wir arbeiten viel härter und kommen muss besseren familie ich gucke auf der hand oder habe ich da gerade noch eine hat hier ist noch einer kriege ich den mit unserer liebe kam es nicht so weit was war denn das ach hier die scheiße doch die dame von tv da 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 wunderbar hm was was ist los mit dir scheiße hat die so wie geklappt er ist nur bewusstlos ja wenn die gleich gucken warum der bewusstlos ist die frage ist jetzt natürlich irgendwann finden wir dich hier quatsch doch aus deinem loch ach da ja die haben keine verbindung miteinander scheiße finde ich hier irgendwas zu trinken ne eventuell da oben oder warte mal da hinten kommt auch glaube ich auch was das war sicher nichts hat halt ein hund gebildet so kann nicht gesund sein ich muss jetzt erstmal hier ein schlückchen trinken gehen ist hier was zu trinken hier ist auf jeden fall zu essen das sieht ja schon mal gut aus was war hier los hier hier da gerade für ein riss hier da über ist hier ist ein riss was kommt sie?" oh ich seh die zeites ja schon wieder rum mute ich würd sagen in der nächsten Folge bin ich dann hier wieder voll was jetzt sein mal die mana nähmt vielleicht finde ich hier noch was zu essen bis dahin haltet die woruhren steif von Tüdelü.